WOLFENSTEIN THE NEW ORDER Ja, das ist ziemlich bitter, sollte eigentlich nicht vorkommen, aber Ja, jetzt seht ihr natürlich, was ihr versäumt habt, wenn ihr die Vorfolge nicht gesehen habt, das habe ich nur wegen euch gemacht, ne Jetzt aber Jawoll, geht ja Wie geil Eine komplett weiße Uniform Oh oh Okay Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nö 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 Ah, ich glaube hier Ja, sieht ja gut aus Durch den Zug Oh Ja, du hattest höchstwahrscheinlich Oh, was ist in der Kiste Oh, Raketenwerfer WTF Wie nice ist das denn bitte Jawoll, gib mir die ganze Munition hier Jetzt wird hier gehobelt Wo gehobelt wird, fallen auch Späne bekanntlich, ne Und ich würde sagen Da unten war noch was Jawoll Nach oben Nee Wo sind Gegner, wenn man sie braucht Oh Oh Ah, sowas habe ich jetzt auch, ne Oh Wumm Bumm Ja Ja, läuft bei uns, ne Ich höre da irgendwo was Wo ist das? Irgendwo höre ich was schnaufen Was ist das hier? Oh, du Fokuhund Räumst du Autos aus dem Weg, oder was? Okay Nö Okay, ich fürchte mich Nicht So Okay, da kann ich runterfliegen Ah, ist ziemlich blöd hier, ne Ziemlich viel im Weg und so Hey, das soll man sich euch auskennen, ne Okay Hier runter, oder was? Hahaha Ich hätte euch sprengen sollen Hey, das ist hier ein Chaos Hey, das ist hier ein Chaos Bumm Oh je Ja, ist ziemlich chaotisch hier, ne Also man muss sich hier wirklich konzentrieren Wie man hinläuft Und wo oben und unten ist, ne Ah, das meine ich Ich höre einen Fokuhund, ich Weiß es ganz genau Wo ist er? Hey, das ist hier ein Chaos So Bist du tot? Ich trau dem hier nicht Bist du tot? Ja, der Fokuhund ist glaube ich tot Ich geh lieber nochmal auf sicher Ja Okay Ja, ich glaube hier geht's weiter Auch ein toter Fokuhund Die armen Hunde Okay Ich habe so das Gefühl, dass wir Ziemlich Viel kämpfen müssen gleich Denn wir wären hier wirklich ausgerüstet mal drei Wir bekommen hier wirklich alles Und ich glaube, dass wir demnächst einen riesen Kampf vor uns haben Boom Ah, ein paar habe ich noch für euch Oh, die verreißt hier Ja, ich gehe glaube ich lieber auf Nahkampf hier Oder? Jawoll Bei uns läuft's ja ziemlich gut eigentlich Behaupte ich mal einfach so Egal, ob es stimmt oder nicht Oh, WTF 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 Okay Jawoll Und Ja, ich muss irgendwie Vom Weiten abschießen Denn Meine Waffe verzieht's ordentlich Na Hey, ich hab's Wirklich ein blödes Gefühl jetzt Jetzt nicht mehr Was ist hier nur Los Irgendwas stimmt hier nicht Alles aufgehoben Jawoll Rüstung Hey, wir bekommen hier wirklich ziemlich viel Irgendwie Schockiert mich das ein bisschen Ein bisschen Muss mich Konzentrieren, dass ich nicht in den Dialekt falle So Nein Nein, bitte Lasst die Waffe nicht fallen Da Der London-Nautiker-Waggon An Bord Totenkopf-Chefwissenschaftler mit dem Zielmord Ich schnapp mich nur Drei-Gitarre-Team-Roll-Fahrer Ja Den holen wir uns Die Frage ist wie Wie komme ich da jetzt hin Vielleicht hier so rauf, ne Schauen wir mal Hier vielleicht Ich hasse es Man weiß nie wohin, ne Ah, ich glaube ich bin hier richtig Okay, ich muss mir Ne, nicht mit dem Ich muss mir ein kleines Loch schneiden Okay Perfekt Noch nicht ganz Jetzt aber Oh Zielsucher WTF Was packst du denn noch alles rauf? Wow Hey, schön Langsam reicht es mit deinem Bläser hier Ohne Scheiß Jawoll Oh Ich hab mich erschreckt Blöder Hund Fuku-Hund Ich hab's gewusst So, da oben steht noch was, ne Komm ich hier rauf? Ja Goldener Kompass Cool Hier raus, oder was? Hier rein? Nö, oder? Ah, ich glaube schon Ja, ich schieße dir gleich den Arsch weg Mr. Minute Ah, okay Hier wieder ein Loch rein Jawoll Jawoll Ich bin hier wirklich ein Ausnahmekünstler Läuft Ja, wie geht's euch eigentlich so nebenbei? Uh Das war zu hoch Ja, wie geht's euch, ne? Würde ich gerne wissen Wie war euer Tag? Schreibt es in die Kommentare Unterhaltet euch mit mir Und ich vielleicht mit euch Wer weiß Wer weiß Wer weiß Hey, das nervt hier total Hey, ich werd hier wirklich gerüstet für den Krieg Gegen irgendwas Großes kämpfen wir Bumm Ja Waren die überhaupt gut? Ich weiß es gar nicht Waren die gut oder nicht? Probieren wir mal das aus hier Oh, cool Oh, okay Der Akku ist leer Scheiße Aber es ist ziemlich cool Das Zielsuchsystem hier Hat was Na komm WTF, WTF, WTF Da ist was Großes gefallen Ich höre ihn schon Alter, Falter Ey, der hält aus Was ist mit dir los? Ich weiß was, falls du nicht aushältst So Kurzer Prozess Alter, das nervt Und Oh Da ist was vorbeigeflogen Na kommt Ich fress euch alle Okay Alter Verwalter Hier geht sie zu Ich verreck gleich Oh je Jetzt muss ich wirklich aufpassen Ah Ich habe den leider zuerst genommen Ah Das war mein Fehler Oh Fuck Holy moly Holy moly Holy moly Na, wer schießt da? Oh, das ist ein Groß Scheiße Scheiße Habe ich ihn erwischt? Ja Ja Jetzt hast du einen Grund zum Scheiße sagen Ne Aber ich muss jetzt wirklich aufpassen Hier Oh Ich frage mich, was wir mit dem ganzen Schmuck hier machen Sind das Trophäen oder Keinen Plan So Gesundheit Okay, vorsichtig sein Hey, die schießen hier Alter, der steckt hier ein Jetzt aber Alter Verwalter Hey, die halten ziemlich viel aus, ne? Und? Ich glaube, du kriegst jetzt einen kleinen Hat er jetzt seine eigenen Leute abgeschossen oder war das Ich Wer schießt denn da? Oh je, oh je Oh, das ist ja Oh je Jetzt geht's hier etwas Raviater Oh, ich hätte eh ein Scharfschützengewehr, ne? Okay Okay, jetzt geht's dir ohne Scheiße Jetzt geht's dir an den Kragen So, jetzt aber Die hätte ich früh auspacken sollen, ne? Das war Ja, alles meine Erfehle eigentlich, ne? So Ich bin gespannt Heilung Okay Munition nehme ich natürlich auch Was ist das hier? Ein Schutzschild Ein Gepära Du brauchst das nicht mehr Und? Geht's hier hoch? Geht's hier hoch? Nö Ja, hochgehen tut schon Aber das ist nicht unser Weg Ja, ich bin gespannt jetzt Wie der Kampf jetzt wird, ne? Wo war schwer sein wird Wie oft ich sterbe Interessiert mich brennend Aber Wie es weiter geht Seht ihr in der nächsten Folge Also hat mich gefreut Wenn ich euch etwas unterhalten konnte Euer Momentumari Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.